Aber jetzt habe ich auch den einen Schuss benutzt, das ist super, den ich eben... Achtung, Zombie, Zombie! Ich bin hinter einer Mauer. Ja, der kommt gleich rum, glaube ich, oder der kommt zu mir, ich weiß es nicht. Der kommt zu dir. Danke. Ich kann jetzt hier irgendwie gerade nicht... Load ammo. Ich kann hier gerade nicht machen. Split. Load. Jetzt zu, jetzt geht's. Ich bin jetzt hier aus dem Tor rausgegangen. Zombie bei mir, drei, zwei. Okay, ich bin... Ja, ich bin jetzt links. Das ist nicht das Tor. Oh, Zombie kam sich aus der Wand. Scheiße, habe ich gesehen. Achtung, rechts, rechts. Ja, ich hab's gesehen. Ich hole meine Magnum raus. Hab's schon. Beide? Hm, die waren in einer Reihe. Der dritte, Achtung, hinter das einer. Scheiße. Bist wir hierfür schießen, ey? Scheiße, da kommt einer von hinten, der hatte den, der hat sich. Mit meiner Magnum, du hast schon genug Munition benutzt. Hm. Alter, geh niemals in die Häuser, die so vorne... Alter, was für hübsche Texturen hast du dir auch so hübsch unten auf dem Boden. Ja, die sind krass, ne? Boah, Alter. Best textures ever! Alter, Junge, das erinnert mich an 2001. Komm her, du scheiße. Oh, noch mehr Zombies. Oder an 4-1, oder... Alter, komm, wie viele Zombies. Rechts, links, hinter dir. Ich hab keine Muni mehr. Hinter dir direkt. Okay. Warte ich. Schaffst du. Also wie viel schießen? Lass mal hier weggehen erstmal. Warte. Das ist noch einer. Warte. Das ist noch einer. Oh, rechtsseite. Okay, hast du. Scheiße. Junge, ich hab ein halbes Magazin schon geschossen. Das ist noch einer. Ich hab schon in Fall 4, ich hab viel mehr. Ja, aber meine... Ich hab ein 60er Magazin, ein halbes. Okay. Lass schnell ins International. Jetzt sind wir schon hier. Ja. Ich will mich nicht nochmal durchkämpfen. Alter, wir töten doch alle Zombies, die hier jemals auf diesem Server waren, oder? Ja. Früher hatte man auch noch so einen Status-Balken. Also keinen Balken, sondern so eine Status-Anzeige. Vielleicht Zombies man tötete und wie viel Blut und alles, ja. Hier ist was. Hier ist was zu essen, glaub ich. Wirklich? Eine Spite ist hier. Ah. Die hab ich nicht gesehen. Wo? Ja, die backt so ein bisschen im Gang, äh, bei der Rezeption. Ach so. Da. Wow, hier kann man ja richtig krass viel machen im International Hotel. Ja. Ach, nichts. Und schon. Zombie, 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 Zombie. Da. Im Boden. Links kommt noch ein Zombie. Sorry. Alter. Das ist gerade voll, äh, Tower Defense irgendwie. Ja. Komm, lass uns einfach hier verschwinden. Ja, lass die Feuerwehrwache noch. Ja. Ich nutze den noch, warte. Gut. Meine Fresse, müssen wir hierfür ballern. Ja. Aber zum Glück hab ich wenigstens Munition, die man häufig findet. Ja, ich ja auch. Also die Shows findet man ja häufig. Und Magazine hab ich genug. Wir könnten noch zum, äh, Dingsviertel, zum, naja, Wohnviertel von Tschernogors gehen. Gibt's aber nicht so viel. Da gibt's aber, eben, da sind Garagen. Ja, das stimmt. Aber was ist das einzig Gute da? Hey, war doch eben noch ne Feuerwehrwache. Ach, da rechts. Ja, da. Player, der Potato, da vorne ist noch ein Zombie. Headshot. Beim zweiten Mal. Alter, ich sollte nicht dabei laufen. Ja, links kommt noch ein Zombie. Alter, Vater, jetzt reicht's aber, ey. Alter. Der fasst three of your plans, du hast es Zombies. Ich bin eine Pflanze. Alter, hier, schießt noch jemand. Ja, ich. Ja. Der Zombie ist. Ja, aber nicht, das waren andere Schüsse, das waren M4 Schüsse. Alter, wie ich ihn nicht treffe. Warte, ich muss den jetzt so nutzen. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ich hab mich gerade umgedreht gehabt. Hast du ihn, Alter, wie ich ihn die ganze Zeit nicht getroffen hab, mal ganz ehrlich. Hier waren aber auf jeden Fall noch andere Schüsse. Das waren M4 Schüsse, so klack, klack. Da hinten ist ein Supermarkt übrigens. Okay, wir gehen zur Feuerwehr, verstanden uns da erstmal und dann geht es zum Supermarkt, würde ich sagen. Ja. Da ist noch einer, aber der hat nicht, ja. Naja, der eben war noch weiter weg und hat es dazu bemerkt. Ja, aber der hat es uns noch nicht bemerkt. So, erstmal die Magnum, ist die... So, Magnum geloadet. Alter. Und dieses Geräusch. So fünfmal, äh, loaden gleichzeitig. Mega lag, warte, ich hab gerade null FPS, hörst du mich noch? Ja. Gut. Also ich hab jetzt gerade Standbild. Okay. Musst mich jetzt gerade mega decken. Du bist bei mir weg. GCG is losing connection. Okay. Spiel abgestattet. Dachte ich mir. Ja. Start schnell neu. Hier sind neun Schuss für dein Dingens, für die Schotty. Schotty, nein. Zwölf, äh, Gauck sind das doch auch. Ja, ne, die, 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 ne. Wow. Ich hab andere, glaub ich. Ja, ich hab sie einfach mal mitgenommen. Verbrauch mir ja nicht. Warum legst du, bleibst du nicht da? Warum lässt du dich nicht da? Keine Ahnung, weil du weg bist. Ich bin noch ein paar Sekunden wieder da. Ja, trotzdem hab ich das jetzt schon so getan. Was liegt dahinter? Hab ich jetzt eigentlich nen Cooldown? Äh, dürfte nicht so sein. Wenn, dann ist der kurz. Und hier sind 45er ACP, glaub ich. Ja. Und du benutzt deine, deine Dings gar nicht, ne? Was? Pistole. Äh, ach ja, aber die für Zombies benutzen wir. Voll klug. Aber ich, äh, lauf halt gerne für die Sicherheit mit denen rum. Äh, mit der M4. Aber eigentlich, was glaub ich, glaub ich, mit der... Pistole, die Zombies zu nutzen, ja. Aber das dauert dann so lange zu wechseln. Wie die draußen abgehen bei mir? Empty... Hab ich gehört. Elektro-Sams. Das ist noch die Markierung von Putty-Smile. Cool. So, History. 18 von 30 sind's jetzt, um 10.15 Uhr. Nice. Mit mir sind wir dann 19 von 30. Ja. So, ich hab kein Kult an, glaub ich, oder? Please, wait. Ich führ grads übrigens Muni ein, also nicht erschrecken. Ja. Ich laute ihr, ich laute ihr dann auch automatisch nach, wenn ich einlogge. Ja. Beschützt du mich weiter? Ja, also so halb. Ich kann, äh, dich nicht direkt beschützen, weil du auch so... Äh, das hätt ich aber lieber. Ja, aber du stehst da auf einer Fremde. Oh, dieser Scheißrauschen bei dem Kackspiel. Ah! Alter, das tut so weh. Oh, ja. Dummes Kackspiel. Ich... Wo bin ich? Keine Ahnung. Ich bin beim Supermarkt. Lol. Da waren wir doch gar nicht. Hä? Ich weiß. Wie kannst du da sein? What the fuck? Ich weiß nicht mal, wo die Feuerwehrwache ist. Da, okay. Komm mal, ich bin hinter der Feuerwehrwache. Was? Ach, da bist du, ja. So. Ich komme. Wo bist du? Ja, ich bin auch hier. Ja, bin ich. Lass nochmal kurz durchsuchen. Hast du alles? Ja, ähm... Ja, das ist ein Zombie? Ich leg dir mal die Schüssel hin. Das sind auf jeden Fall die gleichen, wie in dem... Das sind wir nicht da. Äh, wie in dem, ähm... Du weißt schon. Na ja, Snaploader wird noch benutzt, geil. Also Snaploader wird benutzt bei mir. Okay. Loot. Loot. Ach, dieses scheiß abkackte Geräusch. Ich schieß gleich mal. Sicher? Ja. Zwei Zombies sind da vorne. Ah, mit der Pistol. So, da... Hast du das gerade gehört? 12... Doch, ich hab 12 gar... Ja. Wie man einfach nur 8 aufeinander platzieren kann. Ich hab 8... Alter, ich hab so viel Essen, das glaubste gar nicht. Okay. Was machst du da? Das nicht to be cleaned. Das nicht to be cleaned. Black, denk ich. Matchboxes, ja. Ich hoffe, der überrascht mich nicht gleich. Ah, okay. Die sind bei mir. Money für mich. Oh Gott. Krass. Das ist rein, aber ganz wenig davon ist nur runed. Okay. Ich kann immer weiter splitten. Die ist rein. Hammer geil. Runed. Alter, wie einfach mal nur ein Schuss oder so runed ist. Ein Schuss ist runed, deswegen kann ich ihn nicht benutzen. Deswegen konnte ich die ganzen 20 Schuss erstmal nicht benutzen. Hammer. Musste erstmal rum switchen. Alles splitten, 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 splitten. Gut, hinten ist durchsucht. Also nicht wirklich nützliches. Okay. Doch, was haben wir hier noch? Ne, das war nur Licht. Ich bin jetzt energised, hydrated und healthy. Ich bin nur energised. Irgendwann muss ich auch mal healthy mich machen. Hier ist noch eine Pipsy. Trinke ich mal. Take a Pipsy. So, nächstes Ziel. Elektro. Ja. Was wollen wir jetzt eigentlich? Wir müssen Bambis finden. Ja, immer noch. Und dann am besten Blut abnehmen. Ja. Ich esse erstmal Powdered Milk. Selbst wenn wir jetzt gar nicht brauchen. Einfach um auf Reserve zu haben. Ja. Wo bist du? Ich esse gerade Powdered Milk hier hinten. Hast du eigentlich echt schon mal Pulvermilch gegessen? Mhm. Ich würde interessieren, ob das schmeckt. Bestimmt richtig hart scheiße. Ja. So, den Rest gleich hier. Hast du das Weapon-Clean-Kit benutzt? Mhm. Kann ich nicht. Meine Waffe habe ich da auch hingelegt. Mit Magazin. Weil es bringt ja nichts, eine kaputte Waffe mitzuschleppen. Green Spray-Can. Ich habe noch... Wie viel habe ich bei meiner drin? Noch 50. Ich kann ja einfach mal gucken, ob ich irgendwas färben kann. Ja. Nö, nö. Komm, ich färbe mal meine Mosin. Ich bin auch blöd. So, äh, also willst du mal gucken, ob du Sachen von deiner M4 painten kannst? Äh, hab ich schon probiert. Wenn du eine Black Spray kennen hast, kannst du das dann vielleicht Come on? So wahrscheinlich nicht, aber können wir ja gerne mal probieren dann. Hast du deinen Handguard, hast du den gedingst? Den kann ich nicht, hab ich doch schon gesagt. Ich meine nicht einzeln, wenn du einfach auf die M4 ziehst. Das hab ich noch nicht probiert, hier ist ein Speedloader. Ich weiß. Mit zwei Schuss. Könntest du empty. Hab ich, hab doch schon. Den Speedloader geemptied. Ach, den kann man so empty? Ich glaube schon. Nö, das bringt nichts. Empty, wow. Ach so, ja, die, äh, den musst du vorher ins Inventar ziehen. Das ist auch beim Magazin so, sonst baggen die Schüsse weg. Ja, das bei mir auch. So hab ich schon knapp 100 Schüsse verloren. Gut, wohin? Also Elektro-Sawatz. Äh, ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Spieleanzahl bisher. Ich nicht. Einen haben wir getroffen. Einer, ja, aber ich will ein Bambi treffen. Ja, den einen hab ich auch getroffen. Und der hat mich auch getroffen. Ich glaube, die Folge heißt ein nettes Treffen. Also Bambi treffen, Bambi ins Bein schießen, Bambi fesseln, Bambi, äh, verbinden. Na, wenn es ein Bambi ist, der keine Waffe hat, dann müssen wir ihm ja nicht ins Bein schießen. Kirche. Die ist auch offen. Zombie. Na, du kannst ihn ja wegmachen. Will ich nicht. Zwei Zombies. Du hast eh mehr Muni. Hier stand hinterm Schild, aber egal. Warte, vorsichtig reinlinsen. Keiner. Weil in den Kirchen verstecken sich gerne Camper. Boah, eine Schießerei in der Kirche muss voll hart sein. Kann ich die Bibel mitnehmen? Ist es doch die Bibel, oder? Ja, aber die kann. Das Neue Testament. Testament. Hammer, geil. New Testament. Warte mal, kann man die lesen? Ja. Inspect. Wie kann ich die lesen? Ja, in die Hand nehmen musst du die, glaube ich, und dann kannst du die lesen. Haste, ich probiere es mal. Ich kann es nicht in die Hand nehmen. Also auf jeden Fall kannst du Bücher lesen. Take into hands, so. Steine voll gesichert und so. Ja, und wie jetzt? Das ist weg. Du hast das Buch falsch, komm. Mach ich? Ja. Da steht Bibel drauf, aber falsch drauf. Vielleicht kannst du es deswegen nicht lesen, du hast es nie gelernt. Sonst, als du russische Schüler hast du das nicht gelernt. Wie groß ist denn so ein Buch? Ich glaube, 2x2, wie so ein Kolfx-Packo, glaube ich. So, nom, 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 nom. 1x1, aber okay. Okay. Kann ich nicht benutzen, dann müssen wir kurz auf mein Dings warten. auf mein... mein Medikett, das gleich wieder auftauchen sollte. Ja, ich laufe einfach vorwärts, alles klar. Guck mal, da kann ich dir nicht. Ne, das Testament ist ein Platz groß. Was sag ich dir gerade? Ja, ich bin ein bisschen rein after. Wo bleibt mein Medikett? Mein Medikett? Da ist mein Medikett. So, und wir können. Okay. Und warum habe ich eine Pips hier in der Schnellleiste? Habe ich auch. Auch wenn ich die Schnellleiste eigentlich nur für meine Waffe benutze. Ich auch. Und den Kompass. Ja. Und ich sollte die Handscarves anders hinlegen. Auf die 2. Guck mal, wie geil ich renne. Bam, 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 bam. Wow. Mega led. Was? Daisy fickt dich. Daisy crash. Bei mir auch. Geil! Okay, dann... Ja. Dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Haut rein. Das ist Haut rein. Da macht der sie. Oh ja.